Hallo, das ist Jan Ruetz und ich stelle euch heute Marco Vorwer vor. Marco ist der neue Verteidiger vom HC Durgau. Seine Hobbys sind, er spielt sehr gerne Tennis. Er hat jetzt gerade hierhergezogen, wohnt jetzt in Weinfelden selber. Und ursprünglich kommt er von Steckborn. Er ist sicher ein ruhiger Typ in der Garderobe. Er hat meistens Jeans an. Sehr gerne. Und in dieses Team bringt er sehr viel Routine durch seine viele Erfahrungen. Und als Gegner wäre ich nicht gerne vor dem Goal. Er ist ein sehr harten Typ vor dem Goal, würde ich sagen. Darum tut jetzt schon alles ein bisschen ab. Ciao zusammen, ich bin Marco Vorwer und ich stelle euch Jan Ruetz vor. Er ist ein neuer Goalie beim HC Durgau. Er ist von der EVZ Academy gekommen. Das heisst, ich hatte das letzte Jahr schon das Vergnügen, mit ihm zusammenzuspielen. Er ist auch ein sehr ruhiger Typ in der Kabine. Er hat immer ein Käppchen an. Ein Polo-Käppchen, so wie man es jetzt sieht. Er hat immer knie lange Socken an. Er ist ab und zu im Kraftraum ein bisschen faul. Er gibt dafür auf dem Eis ein bisschen mehr Gas. Er ist ein lustiger Typ. Er ist für alles zu haben. Er kommt aus Goals an. Also ist er noch zu schwitzen. Und ja, ich hoffe mir von ihm ein paar Big Saves. Weil ich glaube, das brauchen wir diese Saison. Oh!